Hallo und willkommen zurück zu Planet Centauri. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar habe ich mal was Neues ausprobiert und zwar, der Charakter bleibt derselbe, aber ich habe uns ein kleines Farmareal gebastelt. Unter anderem, dass wir halt einfach ein paar notwendige, aber eben auch nicht so wichtige Sachen farmen können, wie zum Beispiel Feenstaub oder eben Mais, Reis, die ganzen unwichtigen, nervigen Sachen, die einem sonst das Spiel verderben und natürlich auch Holz. Mal sehen, ich dürfte eigentlich, ja, 600 Holz sollte ein bisschen reichen. Außerdem habe ich einen kleinen Arbeitsbereich eingerüchtet, aber den werde ich wahrscheinlich auch noch ausarbeiten. Nur, das werde ich alles ohne euch machen, weil das Ganze wird hin und wieder doch mal recht monoton. Und mit euch zusammen möchte ich lieber Action haben. Ich denke, das macht mehr Sinn. Also leider ist das Ganze hier nicht so sicher, wie eine Höllentreppe in Terraria wäre, aber ich denke mal, damit werden wir am Ende leben können. Bis zur Hölle bin ich im Übrigen noch nicht gekommen. Ich musste natürlich aufhören, als hier plötzlich was im Weg stand. Aber generell, früher oder später werden wir uns auch darum kümmern. Ansonsten hat sich nicht viel getan. Ich habe ein paar Kisten aufgemacht, aber es war nichts Aufregendes drin. Ansonsten ist auch die Ausrüstung immer noch die gleiche geblieben. Ich habe ein bisschen die Gegend hier erkundet. Auch das war nicht wirklich aufregend. Und wenn es das gewesen wäre, hätte ich es euch am Ende gezeigt. Ich glaube, hin und wieder werde ich euch einfach mal zwischendrin das Areal zeigen, wenn sich irgendwas wieder verändert hat. Ich werde einfach mal so immer wieder hier und da mal 15 Minuten noch einen Schacht ausgraben, ein paar Ressourcen sammeln, den Schacht hier nach unten verlängern. Und was mir gerade so in den Sinn kommt, natürlich ein paar Blumen pflücken vielleicht irgendwann mal. Dafür ist die ganze Anlage ja da. So einen Kochtopf werden wir uns auch in unserer normalen Behausung gleich noch irgendwo unterstellen. Weil es macht natürlich durchaus Sinn, dass wir uns ein paar fortgeschrittene Nahrungsmittel kochen. Unter anderem können wir ja, glaube ich, mit dem Hähnchen eh nichts anfangen. Gut, das war's. Und jetzt nehmen wir uns natürlich wieder unsere gute alte eigene Welt vor. Die natürlich immer wieder die gleichen Probleme hat. Ich war der Meinung, ich hätte irgendwo gelesen, dass das inzwischen geregelt sein sollte. Aber das kommt vielleicht auch erst noch. Wir werden uns jetzt natürlich auch nicht zu viel Zeit dafür nehmen, hier den Kram rauszuräumen. Kann hier gerne alles drin liegen bleiben. Und dann werden wir einfach mal einen kleinen Abstecher wieder in die Unterwelt machen und gucken, ob wir irgendwo noch ein paar verdammte Edelsteine herbekommen. Alternativ können wir auch versuchen, mal noch die ein oder andere Kiste aufzumachen. Nein, kein Interesse. So. Okay, das ist offensichtlich unser... Ohohohohoho. Halt, bleibst du mal gefälligst stehen, Freund. Wir können ihn ausrüsten. Ja, das finde ich doch mal schick. Weil ich habe hier zum Beispiel ein schickes alternatives Schwert für ihn. Und einen doofen Holzbogen, den eh keine Sau vermissen wird. Das ist im Übrigen unser Schild. Das sollte hier wieder hin. Wir können ihm übrig gebliebene Ausrüstung verpassen. So, jetzt sieht er schick aus. Davon hatte ich zwei Stück. Kann ich ihm die nicht geben? Nein? Okay. Okay, ich glaube, ich habe doch was Interessantes gefunden. Nämlich dieses Herzmedaillon und einen Kupferring. Aber nichts, was wirklich der Rede wert wäre. Ähm. Braucht er auch Pfeile? Vermute ich mal. Genau. Dominier die Umgebung. Aber als allererstes... Warte mal. Können wir ihm jetzt eventuell auch was sagen? Nein, er kann nur den Job vergessen. Vielleicht wird das alles noch implementiert. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wird da auch noch was komplett anderes draus. Unser kleiner Garten sieht ganz hübsch aus. Aber... Da habe ich jetzt gerade erstmal überhaupt kein Interesse dran. Denn wir gehen jetzt wieder in die Unterwelt. Ah, Musik wechselt. Das Spiel erkennt an, dass wir tief unten sind. Was haben wir hier? Noch eine Power Potion. Eisen. Kakao. Ausdauer Potion. So. Welchen Weg nehmen wir? Macht keinen Unterschied. Die treffen sich am Ende eh alle wieder. Wobei wir könnten einfach irgendwo abzweigen und... Ne, wir gucken, dass wir erstmal weiter runterkommen. Ich habe immer noch die Vermutung, dass je weiter wir runterkommen, desto eher werden wir interessante Edelsteine oder solche Dinge finden. Es ist zu schade, dass wir nicht durch diesen Dungeon durchkönnen. Schöner Treffer. Ja, langsam gewöhne ich mich an die Steuerung. Und ich erwarte auch immer von Monstern angesprungen zu werden, aber ich glaube, das hat nicht explizit was mit dem Spiel zu tun. Übrigens habe ich beim Untersuchen der Kochstelle festgestellt, wir können aus Schleimteilen, also das, was die Slimes uns hinterlassen, tatsächlich Zucker herstellen. Aber ernsthaft, mehr habe ich jetzt wirklich nicht geguckt. Mich interessiert nur... Okay, war einfach nur irgendeine Pflanze, die irgendwie in der Gegend rumstand. Und natürlich dadurch, dass wir uns hier schon ein bisschen vorgearbeitet haben, kommen wir natürlich auch deutlich jetzt schneller voran. Natürlich auch deswegen, weil wir uns die Fackeln gelassen haben, damit wir wissen, wo wir langlaufen. Naja, hüpf du da mal rum. Kein Interesse am Kleinviehchen. Ja, Kleinviehchen, so. Ja, kommt mir alles bekannt, vertraut, irgendwie vor. Und jetzt müssten wir hier irgendwo gleich ja in diesen Bereich mit dem Kerker erst mal kommen. Er ist nur ein Pilz. Sah aber ein bisschen... Ja, hier ist der Kerker. Aber den werden wir uns jetzt nicht weiter ansehen. Warum auch? Sondern... Ehrlich gesagt... Finde ich es schon etwas... Sondern... Ehrlich gesagt? Finde ich... Der Geist selber ist jetzt noch nicht mal so das Problem. Aber wenn der uns rein zufällig in diese Viecher darunter haut, dann wäre das vielleicht schon ein Problem. Aber er gibt ordentlich Seelen, muss ich ja sagen. Das könnte jetzt natürlich schon ein bisschen schneller gehen, aber auf der anderen Seite dafür, dass wir uns hier nicht wirklich für anstrengen müssen. Nehme ich die natürlich gerne mit. Fledermaus ist unwichtig. Weiter runter. Ah, das sind mal schnell über 1000 Seelen wieder. Ich weiß, da unten war eine Kiste für 3200 Seelen. Jaja, und wir brauchen Edelsteine zum Verzaubern. Dafür müssen wir erstmal welche finden, aber wir haben ja alles recht sauber abgegrast hier unten. Ah, okay, er hat dich hinter mir zugemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal benutze ich dieses Schild ja überhaupt nicht. Nicht, dass ich ein Problem damit hätte, ein Schild zu benutzen, aber der Boomerang ist einfach wesentlich effizienter. Und jetzt ist das Schild der Boomerang ist einfach wesentlich effizienter. Ich bin ganz ehrlich da. Ja, sieht relativ unschön aus, aber wir können ja nicht jeden retten. Zumindest werden wir dafür nicht bezahlt. Werden wir überhaupt bezahlt? Ah! Die Hölle der abgeschlagenen Köpfe. Da wir aber immer noch nicht genügend Seelen dafür zur Hand haben. Bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, als hier einfach durchzumarschieren. Ich sollte vielleicht den Automatikmodus wieder einschalten. Oh, was finden wir denn hier? Bringen tun wir nicht viel, aber wir finden. Definitiv. Ist das ein Diamant? Ja. So. Der Automatikmodus macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Also ernsthaft, die kleinen Grünen scheinen nicht so üble Leute zu sein. Ich weiß nicht, warum die so gefoltert werden. Ach ja, war da nicht am Anfang mal so ein Absturz mit einem Raumschiff? Nur so ein Gedanke, ne? Vielleicht könnte man da nochmal so hinterher... Ich weiß nicht, wozu die Lavapilze gut sind, aber ich möchte trotzdem welche haben. Da drüben ist was, was ich definitiv haben möchte. Hier wird's weiter fleischig. Hier wird's weiter fleischig. Aber da möchte ich mich jetzt noch gar nicht drüber beklagen. Um euch werde ich mich bei Zeiten kümmern. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir eben mindestens einen Smaragd Splitter eingesammelt. Oh, direkt noch einen. Das ist schön. Und was mir fehlt, ist eine Möglichkeit, die Kamera ein bisschen in irgendeine andere Richtung weiter zu bewegen. Naja, der ist wenigstens nicht ganz so hart wie der andere Geist. So. So. Und ich muss ja sagen, von allen Kreaturen, die wir bisher gesehen haben, und auch die paar Kreaturen, die ich gesehen habe, bei denen ihr nicht dabei wart, sind die momentan definitiv die unheimlichsten. Oh. Ein... Oh. Es ist ein bisschen her, dass ich World of Warcraft gespielt habe, aber ich glaube, ein Warpalschwert ist gut. Hm. 300... Was haben wir? Healing, Granate, Kaffeesaat nehmen wir mit. Was ist das? Ein Fleischschrank, ein Fleischtisch. Da drüben hängt was in der Wand, das ich haben will. Und die Musik ist gerade auch ein klein wenig unheimlich. Haha. So. 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 Komm zurück, du blödes Vieh. Ein bisschen Eisen extra kann man, glaube ich, immer gebrauchen. Vor allem, wenn wir unsere Truppen aufrüsten. Was wir ja gelernt haben, wir definitiv tun müssen. So. So. Solange sie nichts aushalten, habe ich mit ihnen keine Probleme. Okay. In die Richtung geht es nicht weiter. Da oben läuft wieder einer von diesen Creeps rum. Eine Höhle undefinierter Tiefe, das gefällt mir so schon mal nicht allzu sehr. Hier muss ein Nest sein. Und das ist ein Nest. Und diese Geister nerven aber mal tierisch. Toll, noch eine Maske bekommen. Großartig. Oh, gut, dass ich früh genug aufgehört habe. Oh, gut, 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 gut. Oh, gut, 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 gut. Noch einer von diesen Räumen. Oh, das war verdammt knapp. Genau. Hier gibt es ein bisschen was abzuarbeiten. Ein bisschen was ist gut. Das ist gar nicht wenig. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist wahrscheinlich ein Onyx, ja. Hui, das könnte sich tatsächlich lohnen. Ich will natürlich aber auch wieder zu dem anderen Kerker da zurück. Sobald wir dieses Gold hier aus der Wand gekratzt haben. Die Richtung können wir uns mal merken. Ah. Ihr kriegt einfach nicht genug von mir, ha? Da ist man mal eine Sekunde durch das Kratzen seines Mikrofons abgelenkt. Aber Seelen geben die uns zwar gut. Hm, okay. Komm her. Und... Erledigt. Da ist er noch ein Gefangener. Freund, heute ist dein Glückstag. Und noch einer. Das ist ja klar. Gehen wir tiefer oder gehen wir einfach mal ein bisschen in diese Richtung? Fleischbanner. Und einen Saphir bekommen. Na ja, für ein bisschen Silber. Komm, verdammt gut voran. Guck, einer mal schau. Oh, der ist... Der hat eine andere Farbe. Und er ist offensichtlich weg. Nein, er ist noch nicht weg. Und wer war... Nein, er ist noch nicht weg. Oh, ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Oh, seelenmäßig in jedem Fall. Was haben wir hier? Noch ein Onyx. Ein Todestrompeter. Ein Pilz würde ich jetzt mal drauf tippen. Ich nehme davon mal ein paar mit. Wer weiß, wozu wir die noch gebrauchen können. Okay, das ist keiner von der besonders starken Sorte. Wow, ich würde mal sagen, dieser Ausflug hier hat sich jetzt schon mehr als gelohnt für uns. Da hüpft mal wieder ein Creep rum. Einmal... Uh. Sag ich jetzt mal so dazu. So, reichlich Fleisch. Hm. Uh. Das könnte eventuell sogar reichen. Ich weiß natürlich aus dem Kopf nicht mehr, wie viel wir brauchen. Aber das finden wir heraus, wenn wir dann uns beim nächsten Mal zurückbegeben. Wann immer das auch sein wird. Wahrscheinlich so in grob zwei Minuten. Oh, ein Smaragd. Und da unten leuchtet irgendwas. Und das bilde ich mir zur Abwechslung mal nicht ein. Das Eisen nehmen wir direkt auch mal mit. Kann ja nicht schaden. Oh. Noch ein Kerker. Ole. Oh. 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 Und creepy ist es trotzdem. Jedes einzelne Mal. Das ist ein 1200er. Und hier geht es nicht durch. Ja. Probieren wir aus. Super Regeneration. Silberring. Noch ein Lebensjuwel. Ein Ausdeuerjuwel. Aha. Bevor ich jetzt weitergehe, mache ich vorher noch ein paar neue Fackeln. Weil wir haben doch mal wieder eine ordentliche Menge verbraucht. Okay. Da hüpft schon irgendeiner. Aha. Aha. Unser neuer Goldbogen hat sich im Übrigen als sehr effizient erwiesen, wenn es darum geht, schnell bewegliche Pfeile, äh, Hagel zu verschießen. Das Problem ist, er verschießt halt drei Pfeile gleichzeitig. Und da ist der Timer. Aber ich denke mal ein kleines bisschen überziehen können wir noch. Wow. Der hat aber nur einiges an Lebenspunkten. Okay, wir überziehen, bis ich den armen, geknechteten Grünen hier drin gefunden habe. Und dann... Ah, das könnte noch ein bisschen dauern. Aber die Treffer zählen mehrfach. Das ist schon mal gut zu wissen. Wenn wir sie nur komprimierter schießen könnten. Und da drüben ist das nächste Gefängnis. Was ist es denn? Immerhin können diese Creeps und Butcher und was weiß ich nicht noch alles, was da rumläuft, nicht unsere Treppenstufen hier benutzen. Also aus nächster Nähe sind diese Pfeile Killer. Okay, wir müssen bald einen ganzen Stapel neue Pfeile herstellen. Tatsächlich, da ist die arme, gefolterte Seele. Diese Zelle da drüben. Dieses Fleischgefängnis, wie auch immer man das nennen will. Aha, da ist noch einer dieser... 3200... Oh mein Gott, und so knapp dran. Autsch. Autsch. Ey, der hat richtig wehgetan. Hunsgemeiner Mistkerl. Aber der wird auch die entsprechende Anzahl an Seelen ergeben. Widerstand gegen Explosives. Okay. Ich überziehe hier schon wieder mehr, als ich eigentlich vorhatte, aber... Verdammt, jetzt haben wir schon mal diese Gelegenheit. Die werden wir uns jetzt nicht entgehen lassen, weil ich will wissen, was in dieser 3200er Kiste drin ist. Komm schon. Ja. Ein giftiger Geist. Muss das denn unbedingt sein? Ach, wenigstens ist er nicht allzu widerstandsfähig. Gut, noch ein paar extra Seelen. Und? Ach. Bananenbombe. Hm. Was ist das? Icarus-Anhänger. Seelenedelstein. Stufe 3. Und eine... Mimik-Chest? Ähm. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Aber ich hätte gerne noch ein paar Fleischtüren. So. Und dann danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.